Der Rantoxis, Eintracht Norderscheid und spiele im zentralen Mittelfeld. Ich habe ja ganz früh angefangen bei HT16, bin von da aus dann zum VfL Bochum gegangen, vom VfL Bochum dann zu Bergerow 85, von Bergerow 85 dann zu St. Pauli, von da aus zu Kiel und jetzt seit zweieinhalb Jahren in Norderscheid. Es ist egal, wer da kommt im Finale, wir wollen gewinnen. Man sagt ja immer Favorit, weil wir die höhere Mannschaft sind, aber am Ende ist es ein Finale. Ich glaube, da kann man nicht von Favoriten oder so sprechen. Wir wollen es gewinnen, Altona will es genauso viel gewinnen. In der Rückrunde habe ich mir, glaube ich, zwei, drei Spiele angeschaut, haben natürlich eine super Mannschaft, aber wir brauchen uns vor denen nicht zu verstecken.